Okay Philip, das wird interessant. Wow, das ist so close. Ich meine, Emeril. Hey und herzlich willkommen zur ersten Folge von Minecraft Bugner. Hallo! Es ist ein weiteres BVB Projekt. Es machen zwölf Spieler mit. Und es werden, glaube ich, noch ein paar nachjoinen. Und ich bin heute der Austauschspieler für einen Cookie. Und übernehme seinen Bart in der ersten Folge. Okay, es startet gleich. Und jumpen zum Baum. Schick, schick, schick. Den unten einmal, okay? So, und beide gleich noch? Ja. Passt du überhaupt, dass ich es krieg? Bisch. Schusszeit ist ja vorbei. Schau, willkommen. Es ist viel wichtiger. Scheiße, wenn wir zu bauen. Ich habe zwei Mausen unsere Blöcke. Hä? Es geht komplett um. Ich sagte, was ich den falschen Block in der Hand habe. Da kriegst du immer Schwertscharbe, kommt okay. Brauchst du? Ja. Bist du in Kanada? Ja. Okay, dann sneaken. Und wo willst du abwarten? Das Start? Ja. Da oben so. Ja, okay, aber ich weiß nicht. Ja, gehen wir hoch mal drauf. Kannst du nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich gebe es dir da her, okay? Ich baue den Baum da oben noch ab. Okay? Ja. Baue die Schau ein bisschen. Mit Sneak nochmal drum. Ich kann, okay? Okay. Hebe mal den Crafting Start verkackt, soweit man es verkacken kann. So ungefähr? Ich habe es mir vorhin schon Block gemacht, also ich dachte, ich bin Blockwenschen nachher. So, ich habe schon zu Blockwenschen. Ja, Bau was, Bau was. Ja, Bau was. Wo bist du? Wo bist du? Ja, unter dir. Unter mir, unter dir. Warte, wir bauen da, okay? Ja, gib her. Schau ab, wie es dabei kommt, okay? Ja. Ja, bei der erste G5-Bugler war ein Creeper-Culture, glaube ich. Echt? Oh, ich hab schon. Hast du schon? Wow. Ich gebe dir die bessere Hacke. Okay. Warte, ich mache jetzt zwei Schwerte. Langsam brauchen wir Essen, gell? Wie gut Schwerte? Ach so, ich mache das. Ich mache zwei extra, gell? Ich mache jetzt zwei. Oder ich habe zur Zeit noch K. Aber gib mir die Arne Spielzeit, gell? Okay? Also, ich glaube, die Arne sind. Ja, nicht die Beste. Ja, jetzt brauchen wir Essen. Essen, Essen, Essen. Ja, das kann ich nicht machen. Ich gehe nur noch, okay? Ich sneake ein bisschen, währenddessen sitzt du. Wenn du abbaust, kannst du gerne sneaken, gell? Ich schau, ob da oben er ist. Das geht sehr schwer. Zu mir, zu mir, zu mir. Weiter zurück. Zu mir kommen wir jetzt. Was noch? Ja, da auch. Ja, da ist Kohl, oder? Ja, da fahren wir hin, halt. Ich gehe zu den Kühen, da. Okay? Weißt du, wohin ich gehe? Ja, oder was? Ich muss ein bisschen reden, weil sonst weiß ich nicht, ob du es warst. Und dann sag ich, hey, wo bist du? Und dann kommt einer und dann sind wir hinten und so eine Geschichte. Ich esse, gell, rohes Fleisch, gell? Ich hätte ja Kohle. Ja, okay, dann. Hast du sechs Kabel? Ja, ein Kabel und du noch spitze gehörst. Du hast ja auch eine. Ja, Holz. Ja. Ich habe ja gesagt, du sollst dir die Kabel, du sollst dir die Schleck trinken. Ich soll die Kühen noch. Wo ist unten bei dir? Ja, den Berg auf der Leiche. Ja, okay, ich komme zu dir. Hast du also jetzt kein Kabel? Genau, kein Kabel. Alter Schwede. Solche Kommunikationsprobleme, wo wir nebeneinander sitzen. Ja, Kommunikationsprobleme. Ja. Ich weiß auch nicht. Ja, ich baue bis ich Kabel da oben, okay? Mhm. Jetzt habe ich einen Hügel gefunden. Oh, ist das so schlecht. Noch Hügel. Ich habe genug. Ich komme jetzt zu dir. Jetzt lassen wir uns mal zusammen anlatschen. Ja. Wo bist denn du? Ich bin ja bei der Weile. Ja, ich bin ja bei der Weile. Ja, wo ist die Hölle? Ja, komm, schau. Ich bin ja bei der Weile. Du musst mir einfach sagen, wie links, rechts oder auch. Ich bin ja bei der Weile. Ja, okay. Ja, ich nehme doch die Pferde mit. Ich habe jetzt nichts gebraucht. Wurst. Ich komme zu dir, weil ich brauche mal langsam Essen. Essen, Essen, Essen. Schauen wir mal, wer kommt. Kurz. Ja. Ja. Sneaken, oder? Ja. Du eine Kohle bitte. Kohle? Okay. So. Ich esse das gleich und dann gehe ich wieder am Essen fahren. Du füllst wenig Essen. Hot Toppik hat schon, ja. Monster Hunter. Ja. Und wie viele Blöcke holst du? Ähm, 24 und volle Sticks. Okay, das ist genug. Das reicht. Warte, ich esse das zweite Jahr noch, gell? Mhm. Und 5 Fleisch. Also das heißt, du hast eh schon die bessere Hacke gemacht, gell? Holst sie ja. Ja, du hast Fleisch, oder? Ich hab meine Eben zwei gehabt. Okay. Ich mach mal... Oh, ist das Zuckerrohr? Warte, ich glaub ich hab Zuckerrohr gesehen. Ja, geil. Endlich, ich brauch nur drei, dann bin ich schon mal zufrieden. Okay. Weil sonst räumen wir ein wenig an... Ja, Leder kriegt man von den... Ich glaub, ist wirklich gestorben, gell? Hm, ich hab bis jetzt kein gesehen, was gestorben ist. Ich bin jetzt zwar schon eine Spur weit weg, gell? Aber das sind so viele Kühe, die nehm ich mit. Ja. Spaß. Weil ich geh mal davon aus, dass wenn da wer wär, dass die Kühe da nicht mehr wären. Hm. Ich will schon langsam punkten. Ich weiß, dann komm ich zurück und dann gehen wir in die Höhle, oder was? Ja, die... die... die Höhle geht irgendwie nicht weiter, oder? Würde ich sagen. Warst du wenigstens wo ich bin? Äh... Ich bin eigentlich gerade aus von der Höhle aus, gell? Nur... Ja. Ja. Für die Sicherung des Dior. Für die Sicherung des Dior. Ja, jetzt haben wir die Höhle, muss irgendwo weitergehen. Aber... Ich weiß nicht wo. Ich hab schon zwölf Fleischfühle, es sind zwar noch mehr Kühe, aber ich komm zurück, es wird dunkel. Hm? Ich sag dir was im Dorf... Du musst gleich bei Kopf fahren. Ich hab auch versucht die Zamis zu finden. Ich bin zwar jetzt gerade ein bisschen langsam auf dem Weg zu dir, weil da überall Wasser ist. Aber es wird sich ausgehen. Die Zamis sind ziemlich nahe. Ich hoff... Ah, ich sehe dich. Jetzt ist er schon fast neben mir. Oh fuck, was mach ich? GG hat er geschwimmt. Ich hab schon weggeschwimmt. Ja, wir konnten was weitergehen. Ah, Creeper. Philipp, wo ist der Höhleneingang? Ah, ich komm mich schon aus. Okay, ja, da hat so ein Creeper hinter mir, glaube ich. Das ist kein Creeper. Ähm, ich bin mal... Nein, ich bin nicht vor vielleicht. Nein, nicht so auffällig. Nein, reicht schon. Warte, wir nehmen das mit und gehen runter, okay? Okay. Es war ein bisschen auffällig jetzt gemacht, aber ich nehme das einfach jetzt mit. Egal, ob der noch vor oder... Kohle ist nicht so wichtig. Hast du gebraten das mit? Nein. Ich geh immer sneaken da unten, okay? Ja, das ist egal. Ich baue da ein bisschen zu. Dass man da da instant... Ey, was machst du? Nicht sterben von Sambles, ich spiele noch Fahrt, okay? Ich bin nur euch geboren. Ey, das ist ziemlich unsicher, die Höhle. Von Creeper machen wir uns One-Hit. Wie ist das? Ja, machen wir uns mal eine Base irgendwo da unten. Ja, ich schau nur kurz vorhin. Egal, ob du noch Eisen? Ja, aber da... Da ist Eisen, komm her da. Das wird unser Base-Zone. Bist du unten, Obe? Ja, Obe, da, links. Da, du Fackeln setzen, da. Nein, nein, hinter dir. Siehst du mich? Komm zu mir. Ja. Du bist aus unserer Spiele. Ja, du bei mir Fackeln, setz mich. Sichern den Bereich mal ein bisschen auf. Weil ich will Eisen anfangen zu bauen. Schaust du da, bis ich zubauen? Kannst du noch mal Eisen? Ja, schaust du zubauen. Na, was mache ich schon wieder? Wozu? Wo oben her sind? Ich tue da Kohle rein. Warte, ich versuch mal. Hey, warum stehe ich halt wieder oben? Es lag dir. Ja, es lag dir. Warte, schaube ich irgendwo an den Namen an sich, aber eigentlich nicht. So. So, hast du schon ein Eisen-Spielzeug mit mir? Nein, weil es Protokoll. Was hast du erwähnt mit mir? Ja, man hätte mal unser Hutschwert und so auch verbraten können. Ja, aber ich denke irgendwie nie da. Ja. Wichtig ist es eigentlich, dass wir jetzt schnell mal immer das Eisen braten und das Essen, damit wir früh Essen und Eisen haben. Wir machen mal Eis und Schwert für uns beide, ok? Mhm. Wir machen. Hast du Eisen-Spielzeug? Nein, nein. Das ist gerade erst. Ok. Hast du Kabel mehr? Kabel muss? Ja. Was? Okay. Und noch viel Kohle. Eben, oder? Ja, weil dann können wir da schneller schmalzen, wenn wir zwei Öfen haben. Ja. Das ist wahr. Du nimmst. So, ich bau noch den Kohle ab. Das ist immer wichtig. Am Anfang zumindest. Ja, mein Spitzhack ist jetzt hin. Hast du schon Iron? Nein. Spitzhack? Warte, ich kann es jetzt selber bauen. Irgendwo her ein Zombie. Sollten wir noch schauen, ob er in der Nähe ist oder Ayoro Mode Activated. Ja, ich hätte gesagt, wenn wir zu viel Eisen haben. Also, wenn wir Spitzhack und Schwerte und so haben. Hätten wir die geile Rüstung vorschlagen, oder? Damit wir nicht One-Hit haben. Äh, schon. Äh, schon. Eben ein Erfgang. Jaaa. So nach Eisen oder so? Alles im Ofen. Ja, du kannst ja schon alle bauen oder so. Ich nehme da gleich alles mit. Ja, ich gehe gerade die Hölle in die Wandberg ab. Okay, ja. Okay, ich nehme alles mit, gell? Mhm. 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 Ich nehme alles mit, gell? Mhm. Ich nehme alles schön ausgereicht auf den Sachen. Mhm. Ja, aber das Licht ist, bist du, oder? Ja. Ja. Hier ist ein Eisen, du hast's gesehen, gell? Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich muss einmal wieder, obwohl es leicht ist. Nein, so verschwenden brauchen wir es eigentlich nicht, oder? Mhm. Ja. Ja, aber wir mal. Ich hätt die ganze Zeit zusammen, wir sind alles. Ich lese die mal mal an. Ah, jetzt ist es an, oder? Schuttun. Kannst du das machen? Oder nicht? Heavy Michael, coole Hölle ankommen Baby Zombies sind die schlimmste Was du denn gehst? Warum gehen wir mal hin? Ist ein Creep von so einem Zombies? Oder Baby Zombies? Ja, nicht sterben, gell? Keine Ahnung Ja, warte zu mal, Alter, wie viel Eis hast du? Ja, gib mir mal Seiten Alter, bau dir mal zu Hast du wohl auch wieder? Gib mir mal Seiten, ja Ja, weil ich... Oh, kommst du nicht auf, oder? Ähm, ich tue das ganze Eisen zu Rüstungen Machen, gell? Joa Brauchen wir noch viel Kohle? Nein Ja, Alter Wow, da ist ein Bind, sorry Nicht sterben, gell? Es ist nicht so wichtig Es ist nicht so wichtig Ähm Jetzt aggressiv einscannen In der ersten Brutfrage Wir können uns lieber da mal ein bisschen Iron machen Ich meine, ich mach mich auch Ja Dann sind wir nicht wang, wenn ich so ein Scheiß Oh Das war auch nicht ich Nein, das war ich Ja Eure Herz verloren So Baby Zombie Okay, Philips, wird interessant Wow, das ist so close Ich meine, Emerald Ja Ja Ja, ich sag dir was, ich mach gleich Ähm, die Iron Brust, gell? Ja, bitte, zweimal, ja Ja, komm zu mir Ja, okay, warte, das brotert noch ein bisschen fertig Alter, wie fett ist die Höhle? Ja, sehr gut Haben wir in der nächsten Folge, ja was zu tun? Ja, wenn ich abbaue, habe ich Angst aus von dir Richtung Zambios Ja, ja Ja, eine Minute, dann sind wir ja schon draußen Oh, schon Ja, warte, eine Minute machen wir unsere Base Irgendwo als sichere, wo bist du? Ja, ich bin da unten Ja, ich komm, du siehst du, dass mein Name ist Ja, du weißt wo ich bin Ja, du weißt wo ich bin, sagen musst du So, okay Ja, ich bin da oben, da bist du Ja, komm da her, da machen wir sichere Base Okay Warte, lass uns einfach zu Boah, ist alles dicht Brauchst du noch irgendwas? War die Chessplay Ja, so dicht ist es noch nicht, oder? Hast du noch irgendwas zu Hast du noch irgendwas zu Ja Einschmelzen? Ja In 10 Sekunden warte, wie hast du eigentlich? So, lass drüben malen Ups Ich wollte die Kabel nehmen Ja Erstes Folge Safe? Safe, ja Wir haben es geschafft, wir waren sogar sehr produktiv, weil wir haben saufel Leder, wir haben saufel Essen, wir haben saufel Essen, wir haben Saufel, nein, saufel, wir haben drei Zucker auch, das reicht Ja Damit können wir schon einen Verzauberungstisch machen Ähm, kurz einmal genug Ja, ja, einfach Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen Wenn ihr euch das Video gefallen habt, gebt einen Daumen hoch Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt Und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss